Also das sind alles so Dinge, die machen so ein Konzert zu etwas wirklich Schönem. Aber das Schönste, gerade nach dem Konzert, das Schönste, das ist das Leuchten in den Augen der Inder. Das Schönste, gerade nach dem Konzert, das ist das Leuchten in den Augen der Inder. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.